So, moin zusammen und willkommen zurück zum Reverse-Engineeren mit Gitra. So, ich hoffe ihr habt alle Gitra gestartet, das könnt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, unter Linux tatsächlich mit Gitra Run machen, beziehungsweise in meinem Fall einfach nur mit Gitra, weil ich unter Arch bin und dann öffnet sich dieses Fenster, nachdem ihr die Lizenzvereinbarung akzeptiert habt. Jetzt wollen wir hier eine kleine Datei reversen, die hier einfach easy.c heißt, beziehungsweise die Ausgabe heißt a.out. Wir gehen davon aus, dass wir easy.c nicht haben, aber das ist jetzt einfach natürlich der Code, den ich geschrieben habe und den sollt ihr zum Überprüfen natürlich auch bekommen. Und ja, a.out ist meine ausführbare Datei, das ist quasi das Äquivalent zu .exe unter Linux und ja, wir haben hier dann die Möglichkeit a.out auszugeben, das heißt wir sagen hier einfach .slash a.out und gucken mal, was das Ding tut. So, wir sollen also ein Passwort eingeben und wenn wir jetzt hier zum Beispiel 1 eingeben, dann steht da Wrong Password, Try Another. So, das heißt unsere Aufgabe ist natürlich hier das Passwort rauszufinden und ja, genau das wollen wir selbstverständlich jetzt tun. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, zum Beispiel Buchstaben eingebe, dann passiert auch was ganz komisches. Das kann zum Beispiel schon ein Indiz sein, wie das Ganze eigentlich programmiert wurde. Wie gesagt, die Aufgabe hier ist erstmal wirklich nur Basics und wir gucken uns an, wie man Gitra überhaupt verwendet, ja. Ja, okay, dann lasst uns mal Gitra öffnen und dann öffnen wir hier tatsächlich direkt diese a.out, indem wir hier einfach auf Open Project gehen und dann können wir hier auswählen, äh Quatsch, ich meine natürlich New Project, wir wollen ein neues Projekt anlegen, kein bereits offenes, ähm, genau. Und ja, hier können wir dann entscheiden, ob wir ein Non-Shared Project oder ein Shared Project haben wollen. Shared Projects sind für Teams gedacht, das heißt, wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Ding arbeitet, wir arbeiten jetzt hier gerade alleine dran, das heißt, wir machen ein Non-Shared Project. Hier könnt ihr alle Ordner einstellen, das mache ich mal kurz. So, und ich habe jetzt hier einfach mal einen Ordner Easy angelegt, im Ordner Gitra in Tuts und hier wollen wir dann natürlich den Projektnamen Easy noch drin haben, dann klicken wir hier auf Finish und dann können wir starten. So, jetzt gehen wir tatsächlich einfach her und machen das Ding mal ein bisschen größer hier, so. Und ja, jetzt nehmen wir hier einfach mal diese a.out und ziehen die per Drag & Drop hier einfach rein, okay. Okay, und dann steht hier schon tatsächlich der Import und der Import macht eigentlich genau das, was er soll. Er importiert diese ausführbare Datei. Okay, so, wenn wir jetzt hier mal angucken, was wir hier haben, dann ist es eine Executable and Linking Format ELF oder Raw Binary. Ihr habt hier eine ausführbare Datei offensichtlich und wir haben hier auch das Ganze, also das wissen wir jetzt in dem Fall tatsächlich, wir haben das Ganze mit GCC kompiliert und können das uns angucken. Program Name ist a.out, Destination Folder, passt auch soweit. Einfach auf OK klicken und dann passiert das hier und jetzt haben wir hier Import Result Summary. So, das ist quasi einfach Informationen über unsere Datei. Das sind relativ wichtige Informationen dabei, wie eben zum Beispiel für, was für einen Prozessor das gemacht wurde, wie groß die Adressen sind, was die Minimum Adresse sind und so weiter und so fort. Was aber auch interessant ist, hier unten haben wir zum Beispiel auch direkt schon den Scharwert, also die Checksumme und das ist ziemlich cool. So, und ja, wir können jetzt hier einfach mal auf OK klicken, das brauchen wir jetzt nicht so genau angucken und dann kriegen wir hier dieses a.out. Lasst uns das mal aufmachen, indem wir hier einen Doppelklick machen, beziehungsweise ihr könnt auch da oben auf den Drachen draufklicken und dann öffnet sich ein neues Fenster, das ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Ich versuche das mal hier runter zu ziehen, es funktioniert wunderbar, es ist ein anderer Bildschirm gewesen. So, wir haben, Sekunde, jetzt, da ist es. Okay, wir haben hier die Analyse und wir wollen natürlich zunächst einmal die Analyse haben. Das heißt, wir lassen jetzt hier natürlich erstmal die Analyse drauflaufen. So, und hier könnt ihr eigentlich direkt die Haken drin lassen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein erstes Projekt, da gehe ich gar nicht auf die einzelnen Dinger ein, aber wir machen das jetzt einfach mal und klicken hier auf Analyse. Ja, das muss uns auch gar nicht so viel sagen. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon direkt alles, was wir wollen. Und wir sehen, das Ding ist gar nicht so klein, oder? Also, ich meine, das ist jetzt hier tatsächlich der Maschinencode, mehr oder weniger. Und der ist lang. Der ist wirklich lang. Schaut euch das mal an. Das ist schon beeindruckend, wenn ich hier so runterscrolle. Aber davon müsst ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Weil wir haben hier drüben eigentlich relativ viel, was tatsächlich uns viel hilft. Denn das hier oben ist erstmal, naja, ihr seht, das sind einfach nur irgendwelche Werte, die da reingeschrieben werden. Das ist jetzt nicht wirklich so relevant für uns. Wir sehen hier allerdings einzelne Werte, die ganz interessant sein könnten, ja. Die vielleicht auch schon tatsächlich übersetzt wurden. Aber hier unten, lasst mich scrollen, hier unten fängt dann erstmal das Assembler an, ja. Und hier sehen wir auch schon tatsächlich einzelne Functions, die hier drin sind und so weiter und so fort. So, und jetzt sehen wir hier Function. Aha, da geht es also los sozusagen. Hier sehen wir auch eine Function. Und hier sehen wir eine Function. So, jetzt müssen wir natürlich rausfinden, welche Function ist für uns irgendwie interessant, beziehungsweise wo wollen wir genau reingehen. Und dazu empfehle ich euch mal ganz kurz hier ein bisschen das Ganze hier kleiner zu machen, weil das brauchen wir gerade gar nicht so dringend. Hier drüben haben wir den Symbol Tree. Und der Symbol Tree, der ist eigentlich relativ interessant. Hier sehen wir zunächst einmal die Imports, ja. Die Imports sind extrem wichtig, gerade wenn ihr so eine riesige Date... Also eigentlich ist sie wirklich sehr, sehr klein. Okay, das ist das, was ich versuche hier zu sagen. Wir werden nachher sehen, die Datei ist nicht groß. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir hier natürlich die Imports, die Exports, so, was wir alles zur Verfügung haben. Und hier fällt vielleicht schon das erste auf. Ne, hier Main, ja. Main ist schon mal, schon mal gut. So, und dann sehen wir hier Local 10, Local 14 und Local 18. Dann haben wir hier, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier durch, haben wir hier die Functions. Hier haben wir auch zum Beispiel Start. Und hier haben wir auch wieder Main. Ja, das ist auch wieder dieses Main hier drüben. Und hier haben wir auch übrigens Printf, Printf, Putchar, Putchar. Okay, das ist schon mal richtig wichtig eigentlich für uns. Aber dazu kommen wir gleich. So, Labels sehen wir hier. Das sind einzelne Einsprungpunkte sozusagen. Die können auch wichtig sein. Von denen könnt ihr aber auch noch selber sehr viele vergeben. Und dann sehen wir hier Classes. Nun ja, gut, da haben wir gar keine drin, weil es ist einfach nur reines C gewesen. Und dann haben wir vielleicht sogar Namespaces drin. Haben wir aber in dem Fall auch zum Glück nicht, weil sonst wird es kompliziert. Und ja, was heißt das jetzt für uns? Nun, wir versuchen natürlich immer das Programm irgendwie, nun ja rauszufinden, wo es eigentlich angefangen hat. Und wie ihr vielleicht aus der C-Reihe wisst, ist eigentlich die Main immer so der Einsprungpunkt. Und das ist natürlich gerade der Punkt, den man als erstes lesen sollte. Weiter geht es natürlich hier oben auch noch, beziehungsweise unten, äh, oben habe ich glaube ich schon gezeigt, unten mit den Build-In-Types, ja, und mit dem A.out. Und hier sehen wir auch wieder einige interessante Dinge, die hier verwendet werden, quasi die Typen, die wir hier verwenden, okay. Und, ähm, ja, das wollen wir aber jetzt hier auch gar nicht weiter betrachten. Hier sehen wir auch, welche Library noch eingebunden wurde. Aber das brauchen wir alles gar nicht. Wir sind hier drüben eigentlich schon angekommen, wo wir hinwollten, und zwar bei der Main. So, jetzt die Main. Und da sehen wir hier schon tatsächlich unfassbar mächtige Sachen, das eigentlich Gitra direkt für euch macht. Ja, wir haben hier einfach nur richtig hässlichen, ähm, naja, Assembler-Code. Den könnt ihr euch durchaus gerne mal durchlesen. In der Praxis sieht das allerdings so aus. Wir suchen hier drüben, also hier sehen wir tatsächlich, was mit den einzelnen Registern passiert. In der Praxis machen wir das Ganze ein bisschen nach drüben, dann sehen wir hier zum Beispiel Input the Password, ja. Oder hier sehen wir Int Print F, okay. Und hier sehen wir ein Undefined Scan F, hier sehen wir Correct Password, hier sehen wir Int Print F, hier sehen wir Wrong Password, und wir sehen hier auch wieder ein Print F und ein Put Char. So, und daraus baut euch Gitra jetzt tatsächlich C-Code, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Ihr müsst nur die Funktionen anklicken und ihr bekommt tatsächlich einen C-Code zurück. Und das ist wirklich mächtig. Ihr könnt ja eigentlich auch draufklicken, dann seht ihr auch direkt, wo ihr landet. Aber das Problem ist jetzt natürlich, wie finden wir das Passwort raus? Nun, wir lesen uns diesen, also es ist nicht der C-Code, den ich geschrieben habe, okay. Es ist ein deutlich hässlicherer C-Code, aber es ist ein Anfang. So, und wir sehen jetzt hier erstmal, okay, wir haben irgendein Offset, dann haben wir Local 18, Local 14, also ihr seht schon, Local 10, diese Variablen-Namen habe ich höchstwahrscheinlich nicht verwendet. Diese Variablen-Namen, die stammen von irgendwo, und die werden einfach, der Name ist völlig egal, der Name fällt quasi weg, ja. Der Compiler, also GCC, der braucht keine Variablen-Namen. Der braucht nur Variablen-Namen, wenn er gerade am Übersetzen ist. Der braucht diese Variablen-Namen, aber im Assembler eigentlich nicht mehr wirklich. Das heißt, die Namen fallen raus, logischerweise. So, und jetzt sehen wir hier gerade, Local 10 ist, oder Local 10 ist irgendein Offset mit irgendwas anderem, was auch immer das ist. Local 14 ist 1. So, und jetzt sehen wir hier, solange Local 14 nicht 0 ist, führen wir diese Wildschleife aus. Okay, ja, aber wann wird denn Local 14 gleich 0? Nun, das passiert hier unten, wenn ausgegeben wird Correct Password. Okay, das heißt, das hier ist eigentlich so die Endbedingung, denn dann springen wir aus While wieder raus. Und wir sehen, die While geht von hier bis hier, was übrigens ein echt geiler C-Editor ist sogar. Und dann passiert hier noch irgendwas, was auch immer das ist. Und hier sehen wir dann ein Return 0, das heißt, das beendet das Programm. Das heißt, hier finden wir tatsächlich das korrekte Passwort. Ja, aber tatsächlich wird doch Local 18, was die Variable ist, in die unser ScanF reinschreibt. Und ScanF ist einfach hier jetzt eine Funktion, die im Endeffekt, naja, ScanF, der Name, sollte bekannt sein. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz zur Main gehen. Lass mich zur Main. So, und ich glaube, ScanF, der Name ist schon bekannt. Also ScanF ist quasi eine Funktion, die Sachen einliest in Variablen. Okay, das heißt, wir sehen hier ja in Local 18, die wird zwar hier oben definiert, aber der Wert wird erst reingeschrieben, wenn wir jetzt da tatsächlich was eingeben, in ScanF. Und dann wird das, was wir eingegeben haben, überprüft, ob das gleich 0x4d2 ist. So, jetzt lasst uns doch tatsächlich mal versuchen, dieses Ding einzugeben, also dieses 0x4d2. Was heißt denn 0x4d2? Und das Beispiel ist wirklich einfach. Okay, ich will euch da langsam ranführen. Wir öffnen jetzt hier also mal unser Terminal und führen da tatsächlich mal dieses a.out aus und geben mal ein 0x4d, was war es? 0x4d2? Ja, 0x4d2. So, Wrong Password Try Another. Hm, was ist da wohl passiert? Nun, unsere Eingabe wurde offensichtlich nicht als Zahl gewertet, was ja hier tatsächlich der Fall sein sollte, denn dieses Local 18 ist ja eigentlich eine Zahl. Aber wir haben hier natürlich jetzt 0x bla 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 eingegeben und c, beziehungsweise eure Command Line, pipet da erstmal nicht unbedingt eine Zahl rein, ja. Das heißt, wir müssten hier eigentlich das Ganze als Integer anwenden und ja, jetzt kommt natürlich euer Gehirnschmalz mal wieder zum Vorschein, denn ihr müsst jetzt hier 0x4d2 in einen Integer, also eine Zahl, übersetzen. Okay, das wollen wir mal machen, das ist jetzt ein kleines bisschen Hexadezimal, dazu öffnen wir mal einen Taschenrechner, so, und am kurzer Crashkurs in Hexadezimal, wir fangen rechts an, das ist quasi 2 mal 16 hoch 0, ja, was 2 ist, plus D, naja, also D ist quasi einfach, man fängt mit A an nach 9, das heißt, wir haben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, okay, also A ist 10, B ist 11, C ist 12 und D ist 13, das heißt, 13 mal 16 hoch 1, was mal 16 heißt, also 2 mal 16, äh, 2 plus 13 mal 16, und dann haben wir hier vorne noch eine 4, das heißt, wir sagen hier noch plus 4 mal 16 hoch 2, das ist im Dezimalsystem nicht anders, nur dass statt 16 eben eine 0 verwendet, wurde und schon bekommen wir den Wert 1234, und ja, jetzt geben wir doch einfach mal hier diesen Wert 1234 an, ups, das wollte ich natürlich nicht, 1234 und wir sehen Correct Password und das Programm beendet sich, das heißt, wir haben sozusagen unsere Flag gefunden und das korrekte Passwort da gleich mit, das ist jetzt natürlich ohne irgendwelche Obfuscation oder sonst irgendwas, das heißt, jeder kann das einfach so sehen, aber es ist schon mächtig, wenn man sich mal so einfach das ganze Ding anguckt, was mir vor allem gefällt an Gitra ist eben, dass es halt direkt einen Decompiler dabei hat, ja, das wandelt euch direkt den Assembler-Code wieder um in einigermaßen lesbaren C-Code, ähm, allerdings nicht komplett gleichen C-Code, ich möchte hier mal ganz kurz einen Vergleich anbringen, und zwar den C-Code, den ich geschrieben habe, mit dem, den Gitra euch produziert hat, vergleichen, so, das ist mein Name, das heißt, wir inkludieren erstmal stdio.h, das wird hier komplett rausgelassen, deswegen wird hier auch scanf gar nicht gefunden, das sehen wir aber nicht, okay, dann definiere ich hier meinen x auf 1, und das ist quasi, also ein Pass, das setze ich nicht, und ein x gleich 1, so, dieses x gleich 1, das ist quasi das Äquivalent hier, mit der local 14 gleich 1, dann öffnen wir die while-Schleife, und sagen, solange das Ding nicht 0 wird, für diese while-Schleife aus, das steht hier quasi 1 zu 1, dann printen wir input the password, mit diesem backslash n vorne dran, ist quasi auch 1 zu 1 dasselbe, dann scannen wir, dieses scanf ist ein kleines bisschen anders hier, aber man weiß, was gemeint ist, dann überprüfen wir, ob das Passwort gleich 1, 2, 3, 4 ist, hier wird es ein hexadezimal überprüft, das ist einfach so, das ist okay, ähm, aber wir sehen trotzdem, dass das ganze Ding ein Integer ist, weil hier oben ja die ganzen Variablen als Integer definiert wurden, dann printen wir, correct password, wir setzen x auf 0, in dem Fall local 14 auf 0, und dann haben wir hier noch den else-Branch, und put chart 10 bedeutet so viel wie backslash n printen, okay, das ist quasi das Äquivalent dazu, was auch eine interessante alternative Schreibweise ist, dann haben wir hier unten das return 0, und das hier hat unser GCC für uns eingefügt, für ein Warning, dass eine Subroutine nicht zurückspringt, ja, ähm, das ist einfach nur ein Warning, das GCC für euch einfügt, das kann man gedroht ignorieren, was ich ja jetzt hier auch gerade gemacht habe, ja, und so einfach kann es sein, so einfach kann man eine fertig ausführbare Datei einfach reversen, und dann tatsächlich C-Code rausbekommen, genau, das war es von meiner Seite, ich hoffe es hat euch erstmal gefallen, natürlich ist das jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber ich glaube für den Anfang ganz gut, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, Ciao.